Herzlich Willkommen zurück zu LS22 und ja, meine Pferde meckern. Oh, ja, Moment. Mein Helfer hat einen vollen Korntank. Achso, genau. Ich mache nämlich gerade einen Auftrag und zwar ernte ich Kartoffeln. Da ist es, genau. So, passt mal auf. Jetzt muss ich den hier nehmen mit dem tollen Brandner Power Tube Plus. Das sind alles geliehende Geräte natürlich, denn ich besitze ja keinen Kartoffelernter. So, dann schaue ich mal. Ich mache das natürlich auch wieder mit Cosplay, ne? Weil drei Dinge auf einmal, das geht ja nun mal gar nicht. So. Einmal darunter stellen. Und los geht's. Ey! Komm, fährt denn der weiter? Ist das so, wenn man Kartoffel erntet, dass man weiterfährt? Hm. Weil bei den anderen Cosplay-Mitarbeitern habe ich das doch hier so aktiviert, dass... So, jetzt bin ich voll, ne? Ja. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, wo ich das hinbringen muss. Wartet mal. Äh, wo bin ich denn? Ne, oh, scheiße. Ich bin jetzt aufs Feld gefahren. Tut mir leid. Ähm. Ich muss jetzt erst mal gucken, wo ich hin muss, Leute. Keine Ahnung. Ich habe nicht drauf geachtet. Schon wieder nicht. Äh, ich merke schon, das artet hier echt den Stress aus. Äh, nach vielen Green Thors. Okay, das war jetzt nochmal wo? Oh, ich glaube, das war irgendwo hier unten, ne? Ja, hier. Äh. Ne, wisst ihr was? Ich mache das mit dem Helfer. Ich mache das mit dem Helfer. Und zwar auf freie Fahrt. Kann ich... Ach, Laden und Liefern kann ich auch machen. Ach, sieh mal, einer guck. Laden und Liefern. Liefern. Liefern ist, glaube ich, richtig. Ähm, ich erkenne hier nichts, weil hier mein Cosplay, äh, Dingsen im Weg ist. Ach, wartet mal. Mache ich mal kurz hier runter. Äh, Job erstellen. So, freie Fahrt. Laden und nur liefern. Ähm. Feeling Grey Thors, genau. Muss ich Ladepositionen? Ich glaube, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Muss ich das jetzt hier raufsetzen, oder was? Keine Ahnung, Leute. Fährt er denn jetzt los? Fahrt doch los. Ah, jetzt fährt er los. Oh, das müssen wir unbedingt im Auge behalten. Aber, Quatsch. In der Zeit... Ach, ich habe hier so viel zu tun. Ich habe hier so viel zu tun. So wollte ich eigentlich heute mal ein bisschen meine Pferde ausreiten. Wow. So, wo sind die denn? Da sind sie. Denn die Fitness meiner Pferde ist, ähm, ja, lässt zu wünschen übrig. Einmal 25% Fitness und 25% Fitness. So, wie komme ich denn jetzt hier rauf? Ah, okay. So, ähm, ich habe jetzt keine Ahnung, wie das geht. Ähm, rückwärts gehen. Wie kann ich denn springen? Ich habe keine Ahnung. Ja. Wow. Okay, okay. So, wie kannst du denn rennen? Gehen. Aha. Halt ist es. Rückwärts gehen ist. Karte ver... Was? Nee, hör doch auf. Nicht rückwärts gehen. Ich habe keine Ahnung, aber egal. Das ist Trab. Das ist Gehen. Halt. Nein, nein, nicht rückwärts, Mädel. Kannst du auch richtig rennen, sag mal. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich schneller rennen kann. Wow. Entschuldigung. Jetzt bin ich abgestiegen. Ah, wenn ich mehrmals auf Wee drücke. Ich verstehe. Ah. Ah, und da unten wird mir auch die Prozentzahl angezeigt. Guck mal. 46 Prozent. 47 Prozent. Ah, okay. Schön. Heute reiten wir mal aus. Ich komme mir so ein bisschen vor wie bei... Ähm... Na, wie heißt das? Äh... Wie bei der unendlichen Geschichte mit Atrio, wisst ihr? Der ist ja doch geritten mit dem Artax, mit dem Pferd. Dann gab es auch so eine Aufnahme. So, da wisst ihr, so eine hier. Wow, ich weiß gar nicht, wo ich hin renne. Achso, nee, das war falsch. Ich wollte eigentlich nur lenken. So, und ich vermute mal, wenn ich jetzt... Ah, ich habe 100 Prozent erreicht. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich wieder zurück. Oh, cool. Das macht doch richtig Spaß, Leute. Springen. Oh, wow. Ich habe ein... Ich habe ein Achievement bekommen. Hope, hope. Was? Was habe ich gekriegt? Keine Ahnung. Äh, stopp. Genau. Schön langsam. Nein, 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 nein. Du sollst doch nicht rennen. Ach, schon wieder. Oh, das war... Hallo, ich... Ah, wow. Entschuldigung. Ähm, ja. Ich wollte eigentlich nur springen. Komisch, jetzt kann ich aber nicht springen. Kann ich nur springen, wenn ich schnell renne, oder was? Ähm, ich komme mit meinem Pferd hier nicht mehr rein. Ähm, ja, ist ja gut. Warte, warte. Hast ja, hast ja, hast ja gewonnen. Kleine Gatzi. So, wartet mal. Ich gehe mal da zu diesem... ...komischen Toreingang, oder was es da sein soll. Hier. Aha. Gut. Stopp. Hast du fein gemacht. So, und wie kann ich jetzt das Pferd, ähm... Ach, ich kann mit dem... Ach so, nee, ich dachte, ich könnte jetzt reiten. Äh. Bist du jetzt sauber, oder... Wartet mal. Gesundheit 0%, Reproduktion 0%, Reiten 100%. Bleib doch mal stehen, Gatzi. Ähm. Bist du sauber? Fitness 25%, Sauberkeit 100%. Okay. Ja, Gatzi, ist ja gut, ist ja gut. Okay. So, weil das so schön war, machen wir es mit dem jetzt nochmal genauso. Mit Misty. So. Oh. Hier ist irgendwie eine unsichtbare Wand. Oh, wartet mal. Es muss was entlarmen werden. Ja, entschuldigt. Ähm. So, wartet. So, fahr mal zurück. Genau, in meinem anderen Feld, ähm, sehe ich gerade ein bisschen Gras. Oh, ich wollte eigentlich auch nochmal gucken. Ähm. Ähm, was mein Helfer macht hier. Mein guter Kartoffelernte drin. Gott, ist das alles anstrengend. Super. Ähm. Ähm, der wartet schon. Okay. Au. Oh, ich hoffe... Äh. Äh. Ich komm' hier nicht mehr raus, Leute. Ach, hört doch auf. Ähm. Oh, ich dachte schon. Meine Güte. Uh. Okay. Äh. Habe ich denn jetzt was entladen? Ich hoffe es, ne? Ich hab jetzt nicht aufgepasst, meine Lieben. Oh, Mann. Ähm. So, dann, äh, Job erstellen. Freie Fahrt. Dahin. So. Duet, Junge. Duet. So, der Kartoffel-Dingster-Boomster wartet nämlich schon. So. Weiter geht's. Wir müssen weiter reiten. So. So. Gut, jetzt hab ich schon 30%. Also, mit der Steuerung, find ich, geht das eigentlich. Also, es wär cool, wenn das in Ranch-Sum genauso wäre. Wer muss denn jetzt schon wieder entladen werden? Achso, das ist mein Helfer da oben, ja. Mein Kartoffel-Helfer. Okay. Und wie ich das verstanden habe, muss man die Pferde einmal am Tag ausreiten, ne? Ach, schön. Guck mal, da wird Kart gearbeitet und ich lass es mir gut gehen auf meinem Pferdchen Gazzi. So muss das Leben laufen. Ich lass es mir gut gehen, während andere arbeiten. So, 97%. Das kann ich eigentlich denn da rein? Wow. Ach. Das war ein kleiner Crash. Da bist du... Och, guck mal, ich muss dich auch sauber machen. Äh, wie war das nochmal? Striegeln. Äh. Ja, du bist jetzt sauber, ne? Ja, bist du jetzt sauber? So, zeig mal her. Genau, Sauberkeit. 100%. Das ist... Bleib doch mal stehen. Reiten 100%. Ja, okay. Wunderbar, wunderbar. So, was sagen denn eure... Eure Stelle eigentlich? Guck mal, Fitness 25%, geschlechtsreife, Gesundheit 0%. Okay, weil es ein Monat alt ist, ne? Tägliches Reiten habe ich erfüllt. Na, das ist doch... Das ist doch wunderbar. So, was... Quatsch, was macht denn jetzt mein Helfer hier? Okay. Der hier. Der ist gleich da. Wunderbar. Wunderbar. Wir bleiben jetzt mal bei ihm. Und dann kann er auch gleich schon wieder losfahren. Meine Güte. Ganz schön Stress hier im Start, Fanny. Auf der Elm Creek. Da oben ist er schon. Du fährst aber komisch. Machst du ja vor den Umweg. So, ich habe mich auch... Fährt der denn lang unter Wasser? Äh, unter Wasser vor allem übers Wasser? Durchs Wasser? Okay. Ähm, ich habe mich jetzt auch ein bisschen mit Autodrive beschäftigt. Was macht denn der? Was macht denn der? Du fährst aber mega kompliziert. Genau. Und ich habe jetzt, ähm... sozusagen den Kurs regeneriert, der schon vorgegeben war. Also sprich, auf den Hauptstraßen. Ich kann euch das ja mal gerne zeigen. Achso, das ist jetzt da unten. So, pass mal auf. Genau, das Streckennetz, ne? Das ist alles schon vorgefertigt. Das, was ich dann halt mache, ist das individuell einstellen für mich, damit ich dann, äh, die ganzen Dinge hinbekomme. Ne? Mit dem, mit dem Abtanken, mit, äh, Begereibelieferung und so weiter und so fort. Das dauert aber. Ja, das wird dauern und ich glaube, ihr werdet mit mir zusammen so viel leiden müssen, weil ich, ähm, manches natürlich davon auch mit aufnehmen werde. Vielleicht mache ich sogar auch mal Tutorials. Vielleicht bin ich ja gut genug, um das mal machen zu können, um einfach mal zu schauen, wie das ankommt auch, ne? Das wäre auch echt absolut mal interessant zu wissen. So, und warum hast du jetzt die Maus schon wieder nicht, ach, weg? Achso, weil, ja, weil ich das Netz, genau, weil ich das Netz nämlich, ähm, angeschaltet hatte. Gut, so, der Helfer ist entlassen. Achso, wartet mal. Ich wüsste aber mal jetzt gern, warum. Der Guter. Äh. Gerät anheben früh. Warum ist denn das hier schon wieder umgezwitscht? Äh, wartet, wartet, wartet. Fruchtumfahrung aktiviert. Ist doch alles aktiviert. Stopp am... Ja, ist alles aktiviert. Ich speichere das nochmal. Äh, nein. Nein, nein, ich will es doch nicht beenden. So, okay, ähm. Ich weiß nicht, warum man denn immer losgefahren ist hier. Stehe ich jetzt direkt darunter? Äh, das war ja wohl nix, ne, Fanny? Das, das immer nochmal. Ah ja, jetzt bleibt es da stehen, komischerweise. Seltsam. So, dann kann er, wie gesagt, gleich wieder losfahren zu... ...Feed and Grease, äh, Thors oder so ähnlich. Sehr gut. Wow. Ja, lass mich doch erstmal durch. Lass mich doch erstmal durch. So. So. Helfer. Schon wieder. Äh, Job erstellen. Liefern. Äh, da. Da, 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 da. Das war hier unten. So. Wiederholen. Job starten. Starte doch den Job. Dankeschön. So, hier sind 94%, das heißt, der ist auch gleich wieder voll. Und hier wird noch fleißig angesät. Wie gesagt, hier mache ich auch nochmal Gras. Was ist denn jetzt schon wieder los? Also, irgendwie erntet der aber auch komisch, ne? Ich habe das eigentlich mit Vorgewände gemacht. Mit dreimal sogar. So, und du machst es ja ordentlich. Ah ja, guck mal, jetzt wird hier abgetankt. So. Da kommt da der Gute. Ach, ist das schön, wenn es läuft. So. Ja, hier passt echt eine Menge rein. Voll cool. Warum macht der eigentlich sein Schneidwerk nicht, äh, aus? Halt, du packst immer zu weit weg, Junge. Kriegen wir aber hin. Kriegen wir hin. So. Ach, schön. Ich finde das toll. Wartet mal, ich gehe mal kurz zur Innansicht. Ich habe mir das noch gar nicht angeguckt, wie das aussieht. Von innen. Wow. Nicht schlecht, Herr Specht. Naja, wobei, so dieses Holz, ne? Das finde ich eigentlich nicht so toll. Ah, guck, man, Funkgerät. Okay. Wunderbar. Gut. Gehen wir jetzt wieder ein bisschen vom Feld runter. So. Gut. Der ist noch nicht voll und der ist noch auf dem Weg. Sehr schön. So, auf diese Abladung warten wir noch gemeinsam. Ja, das schauen wir uns noch mal gemeinsam an. Und dann werde ich für heute Feierabend machen, meine Lieben. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal fürs Zusehen. Und ich bin froh, dass ich das jetzt mit dem Cosplay und so auch wieder hinbekommen habe. Ich sage euch, seit dem neuen Update, was Giantstar verzappt hat, irgendwie spielt hier alles verrückt. Aber gut. Ist leider nichts zu ändern. Ach, hier ist das, ähm, Thorth and Green, oder wie das heißt. Ah, ja. Ich hätte gern ein Feld hier, von, von hier. Irgendwie. Die sind so schön groß. Das Schöne auch daran ist, man kann sich echt alles angucken. Während gefahren wird. Deswegen bin ich auch super gerne mal Beifahrer. So, viel, viel Prozent habe ich denn schon erledigt. Meine Lieben, so, das sind 43 Prozent. Okay. Mal gucken, wenn ich das jetzt verkaufe. Also ablade. Wie, jetzt fährst du dran vorbei, oder was? Ach nee, du kommst von der anderen Seite, oder wie machst du das jetzt? Ah. Ich habe ja auch wieder Hohen gemacht. Fährt er denn auch wieder zurück? Würde mich jetzt auch mal interessieren. Okay. 30 Prozent für Feld 9 transportiert. Super. Es hat wunderbar geklappt, auf jeden Fall. Aha, okay. Ich verstehe. Gut. Dann würde ich sagen, fahre ich jetzt... Warum? Ach so, weil ich drin saß. Haha. Gut, meine Lieben. Vielen, vielen Dank, wie gesagt, fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dann. Bye, bye. Bye. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020